Rasputin und das ABC Und Schultüten abgab Stand geschrieben Mein erster Schultag Selbstverständlich war dieses Sätzchen Nur den Müttern leserlich Die hinter dem Fotografen standen Und aufgeregter als ihre Knaben taten Die Knaben vor der Tafel mit Inschrift Konnten allenfalls ein Jahr später Entweder bei der österlichen Einschulung Der neuen Erstklässler Oder auf den ihnen gebliebenen Fotos Entziffern, dass jene bildschönen Aufnahmen Anlässlich ihres ersten Schultagels Gemacht worden waren Sütterlinschrift Kroch, bösartig, spitzig Und in den Rundungen falsch, weil ausgestopft Über die Schultafel Kreidete jene den Anfang Eines neuen Lebensabschnittes Markierende Inschrift In der Tat lässt sich gerade die Sütterlinschrift Für Markantes, kurzformuliertes Für Tageslosungen etwa gebrauchen Auch gibt es gewisse Dokumente Die ich zwar nie gesehen habe Die ich mir dennoch mit Sütterlinschrift Beschrieben vorstelle Ich denke da an Impfscheine Sporturkunden Und handgeschriebene Todesurteile Schon damals, da ich Sütterlinschrift Zwar durchschauen, aber nicht lesen konnte Wollte die Doppelschlinge des Sütterlin M., mit dem die Inschrift begann, Tückisch und nach Hanf riechend mich ans Schafott gemahnen Dennoch hätte ich's gerne Buchstaben für Buchstaben gelesen Und nicht nur dunkel geahnt Es soll ja niemand glauben, ich hätte meine Begegnung mit dem Fräulen Spollenhauer Von so hoher Warte aus Glas zersingend gestaltet Und als revoltierende Protesttrommelei betrieben Weil ich des ABC mächtig gewesen wäre Oh nein, ich wusste allzu gut Dass es mit dem Durchschauen der Sütterlinschrift nicht getan war Dass mir das simpelste Schulwissen fehlte Es konnte dem Oskar leider nicht die Methode gefallen Mit der ihm ein Fräulein Spollenhauer zum Wissenden machen wollte Demnach beschloss ich keinesfalls beim Verlassen der Pestalozzi Schule Mein erster Schultag soll auch mein letzter sein Die Schule ist aus, jetzt gehen wir nach Haus Nichts dergleichen Schon während der Fotograf mich für immer ins Bild bannte Dachte ich, du stehst hier vor einer Schultafel Stehst unter einer wahrscheinlich bedeutenden Womöglich verhängnisvollen Inschrift Du kannst zwar dem Schriftbild nach die Inschrift beurteilen Und dir Assoziationen wie Einzelhaft, Schutzhaft, Oberaufsicht Und alle an einem Strick aufzählen Aber entziffern kannst du die Inschrift nicht Dabei hast du bei all deiner zum Halb bewölkten Himmels schreienden Unwissenheit vor Diese Stundenplanschule nie wieder zu betreten Wo, Oskar, wo willst du das große und das kleine ABC lernen? Dass es ein großes und ein kleines ABC gab Hatte ich, dem eigentlich ein kleines ABC genügt hätte Unter anderem der unübersehbaren, nicht aus der Welt zu denkenden Existenz Großer Leute entnommen Die sich selbst Erwachsene nannten Man wird schließlich nicht müde Die Existenzberechtigung eines großen und kleinen ABC Durch einen großen und kleinen Katechismus Durch ein großes und kleines Einmaleins zu belegen Und bei Staatsbesuchen spricht man Je nachdem, wie groß der Aufmarsch dekorierter Diplomaten Und Würdenträger ist Von einem großen oder kleinen Bahnhof Weder Mazzarat noch Mama Kümmerten sich während der nächsten Monate Um meine Ausbildung Das Elternpaar ließ es mit dem einen Für Mama so anstrengenden Und beschämenden Einschulungsversuch Genug sein Sie taten es dem Onkel Jan Brunski gleich seufzen Wenn sie mich von oben herab betrachteten Kramten alte Geschichten Wie meinen dritten Geburtstag aus Die offene Falltür Du hast sie offengelassen Stimmt's? Du warst in der Küche und vorher im Keller Stimmt's? Du hast eine Konservendose Mit gemischtem Obst für den Nachttisch geholt Stimmt's? Du hast die Falltür zum Keller offengelassen Stimmt's? Das stimmte alles Was Mama dem Mazzarat vorwarf Und stimmte dennoch nicht Wie wir wissen Aber er trug die Schuld Und weinte sogar manchmal Weil sein Gemüt weich sein konnte Dann musste er von Mama Und Jan Brunski getröstet werden Und sie nannten mich, Oskar Ein Kreuz, das man tragen müsse Ein Schicksal, das wohl unabänderlich sei Eine Prüfung, von der man nicht wisse Womit man sie verdiene Von diesen schwer geprüften Vom Schicksal geschlagenen Kreuzträgern War also keine Hilfe zu erwarten Auch Tante Hedwig Brunski Die mich oft holen kam Damit ich mit ihrer zweijährigen Marga Im Sandkasten des Steffensparkes spielte Schiet als Lehrerin für mich aus Sie war zwar gutmütig Aber himmelblau dumm Gleichfalls musste ich mir Die Schwester Inge des Dr. Hollads Die weder himmelblau noch gutmütig war Aus dem Sinn schlagen Denn die war klug Keine gewöhnliche Sprechstundenhilfe Sondern eine unersetzliche Assistentin Und hatte deshalb auch keine Zeit für mich Ich bewältigte mehrmals am Tage Unter dem Dach Rollte mit unbeschutten Füßen Eine leere Machhandelflasche Und blies ganz wunderschön Und als ich mich gleich sinken ließen Holte ich unter meinem Pullover Eine alte, neueste Nachrichten hervor Glättete das Papier Kauerte mich neben den Trompeter Main Hielt ihn die Lektüre hin Und verlangte Unterrichtung Im großen und kleinen ABC Aber Herr Main war aus seiner Trompete heraus Sogleich in den Schlaf gefallen Es gab für ihn nur drei wahre Behältnisse Die Machhandelflasche Die Trompete und den Schlaf Zwar haben wir noch oftmals genau gesagt Bis er in die Reiter-SA Als Musiker eintrat Und für einige Jahre Den Machhandel aufgab Duette Ohne vorher zu üben Auf dem Dachboden Den Kaminen, Dachpfannen, Tauben Und Katzen vorgespielt Aber zum Lehrer Wollte er nicht taugen Ich versuchte es mit dem Gemüsehändler Greff Ohne meine Trommel Denn Greff hörte nicht gerne das Blech Besuchte ich mehrmals Den Kellerladen schräg gegenüber Die Voraussetzungen Für ein gründliches Studium Schienen gegeben Lagen doch überall In der Zwei-Zimmer-Wohnung Im Laden selbst Hinter und auf dem Ladentisch Sogar in dem verhältnismäßig Trocknen Kartoffelkeller Lagen Bücher Abenteuerbücher Liederbücher Der cherubinische Wandersmann Des Walter Flecks Schriften Wicherts einfaches Leben Daphnis und Chloe Künstlermonografien Stapel Sportzeitschriften Auch Bildbände Mit halbnackten Knaben Die aus unerfindlichen Gründen Zumeist zwischen Dünen am Strand Bällen nachsprangen Und geölt glänzende Muskeln Dabei zeigten Greff hatte schon zu jener Zeit Viel Ärger im Geschäft Prüfer vom Eichamt Hatten beim Kontrollieren der Waage Und Gewichte Einiges zu bemängeln gehabt Das Wörtchen betrug viel Greff musste eine Buße zahlen Und neue Gewichte kaufen Sorgenvoll wie er war Konnten ihn nur noch seine Bücher Und die Heimabende Und Wochenentwanderungen Mit seinen Pfadfindern aufheitern Kaum bemerkte er meinen Eintritt ins Geschäft Schrieb weiter Preisschildchen Und ich griff mir Die günstige Gelegenheit Der Preisschildchenschreiberei Nutzend drei, vier weiße Pappen Dazu einen Rotstift Und versuchte eifrig tuend Die schon beschrifteten Schildchen Sütterlin imitierend Als Vorlage zu benutzen Und dadurch Greffs Aufmerksamkeit zu erregen Oskar war ihm wohl zu klein Nicht großäugig und bleich genug So ließ ich also vom Rotstift Wählte mir einen Schmöcker Voller dem Greff ins Auge springender Nackedeis Tat Auffall mit dem Buch Hielt Fotos sich bückender Oder dehnender Knaben Von denen ich annehmen konnte Dass sie dem Greff etwas bedeuteten Schräg und auch ihm zur Ansicht Da der Gemüsehändler Wenn nicht gerade Kundschaft im Laden war Und rote Rüben verlangte Allzu exakt An den Preisschildchen herumpinselte Musste ich schon geräuschvoll Mit den Buchdeckeln klappen Oder die Seiten rasch und knisternd bewegen Damit er aus seinen Preisschildchen auftauchte Und Anteil an mir Dem Leseunkundigen nahm Um es gleich zu sagen Greff begriff mich nicht Wenn Fahrtfinder im Laden waren Und nachmittags waren immer zwei Oder drei seiner Unterführer um ihn Bemerkte er Oskar überhaupt nicht War Greff jedoch alleine Konnte er nervös streng Und er Störungen wegen verärgert Aufspringen und Befehle erteilen Lass das Buch liegen Oskar Kannst ja doch nichts damit anfangen Bist du viel zu dumm für Und zu klein Willst noch kaputt machen Hat über sechs Gulden gekostet Wenn du spielen willst Da sind Kartoffeln und Weißkohlköpfe genug Dann nahm er mir den Schmöker weg Blätterte darin Ohne das Gesicht zu verziehen Und ließ mich zwischen Wirsinkkohl, Rosenkohl Rotkohl und Weißkohl Zwischen Wrucken und Bulven stehen Vereinsamen Denn Oskar Hatte seine Trommel nicht bei sich Zwar gab es noch die Frau Greff Und die schob mich auch zumeist Nach der Abfuhr Durch den Gemüsehändler Ins Schlafzimmer des Ehepaares Frau Lina Greff lag zu dem Zeitpunkt Schon wochenlang zu Bett Tat kränklich Roch nach faulendem Nachthemd Und nahm alles mögliche in die Hand Nur kein Buch Das mich unterrichtet hätte Leichten Neid kauend Sah Oskar in der folgenden Zeit Gleichaltrigen Knaben Auf die Schulturnister An deren Seiten Schwämme Und Läppchen der Schiefertafeln Wippten und wichtig taten Trotzdem kann er sich nicht erinnern Jemals Gedanken gehabt zu haben Wie Das hast du dir selbst eingebrockt Oskar Hättest gute Miene Zum Schulspiel machen sollen Hättest es nicht mit der Spollenhauer Auf alle Zeiten verderben sollen Die Bengels überholen dich Wir haben entweder das große Oder das kleine ABC Intus Während du nicht einmal Die neuesten Nachrichten Richtig zu halten weißt Leichter Neid Sagte ich soeben Mehr war es nicht Bedurfte es doch nur Einer flüchtigen Geruchsprobe Um von der Schule endgültig Die Nase voll zu haben Haben Sie einmal An den schlecht ausgewaschenen Halb zerfressenen Schwämmen und Läppchen Jener abblätternd gelb umrandeten Schiefertafeln Geschnuppert Die in billigsten Leder Der Schulturnister Die Ausdünstungen Allerschönschreiberei Den Dunst des kleinen und großen Einmaleins Den Schweiß Quietschender Stockender Verrutschender Mit Spucke befeuchteter Griffel aufbewahren Dann Wann Wenn aus der Schule Heimkehrende Schüler In meiner Nähe Die Turnister ablegten Um Fußball Oder Völkerball zu spielen Bückte ich mich Zu denen der Sonne Dörrenden Schwämmen Und stellte mir vor Dass ein eventuell Vorhandener Satan In seinen Achselhöhlen Derlei säuerliche Wolken züchte Die Schule Der Schiefertafeln War also kaum Nach meinem Geschmack Oskar will aber nicht behaupten Dass jenes Gerätchen Schäffler Dass bald darauf Seine Ausbildung In die Hand nahm Ihn gemäßen Geschmack Verkörperte Alles Inventar Der Schäffler'schen Bäckerwohnung Im Kleinhammerweg Beleidigte mich Diese Zierdeckchen Wappenbestickten Kissen In Sofa-Ecken Lauernden Käthe-Krusepuppen Stofftiere Wohin man auch trat Porzellan Das nach einem Elefanten verlangte Reise an Decken In jede Blickrichtung Angefangenes Gehekeltes Gestricktes Besticktes Geflochtenes Geknotetes Und mit Mausezähnchen Und mit Kreuzstichküßchen Lächelnd die Trommel Öffnete Gretchen Dann zeigte sie Beiden Mochte wohl Mithilfe von Totila Nach längerem Bis zum heutigen Tag Da Oskar Goethes Unendliches Seufzen Da hatte man Das Gretchen In der Backstube Der Kaffee Das Biedermeier